Was ist das für'n kranker Scheiß? Kann ich da schon ein Pferd benutzen? Was ist das für ein Pferd? Ein Pferd! Was ist das für ein Pferd? War Teil 8? Was ist das für ein Pferd? Das ist das dick, Traur und Tannik. Wollt ihr das für ein Pferd? Vergiss nicht, deine Zähne im Waffenmenü auszugeben. Kann ich jetzt auch das Steckenpferd verbessern? Ja! Oh nein, ich kann auch noch was verbessern. Oh mein... Wie krank einfach nur. Okay. Wie krank ist das Spiel einfach nur. Ich frag mich, ob das... Also, ob... Ich mach aber irgendwie Erfahrungen mit Selbstbegleit oder irgendwie sowas haben. Huh? Oh... 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 Könnte ich die irgendwie befreien? Nein. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier bin ich wieder zurück. irgendwie sinnvoll ich habe heute auch noch keinerlei oder nur einmal kurz ein leck gehabt muss ich sagen sehr schön dass ich sowas noch nicht häufiger hatte kommst du da wohl hoch es wird es konnte bisher noch jede flasche in der stunde leeren würde für ein paar pensel einen ordentlichen schluck blaues wunder fast alles tun ich habe irgendwie das gefühl dass ich gerade einen fehler gemacht habe damit also noch mal laufen wie schön hopp mit dir hoch mit dir weiter mit dir ja verdammt wie komme ich da hoch da muss ich ach nein ich muss tatsächlich hier rein ok jetzt ich das gerade hier irgendwie verändere ich schwöre schon wieder eine schnauze ok schade wohin und dort springen da war ich mal jetzt gehe ich mal hier hinten lang jetzt schaffe ich noch nicht mal die Rutschpassagen hier kann ich auch nichts machen wow wow ok das ist irgendwie das Spiel ist ja schon die ganze Zeit krank wieso sage ich wieso muss ich das eigentlich noch mehr betonen ja au au ok nein nicht dich ich möchte nein nicht dich angreifen oh okay Okay, komm, noch einmal und dann ist Schluss für heute. Ja, natürlich möchte ich fortfahren. Warum denn auch nicht? Na? So, schön. Aua. Na? Komm, gib mir deine Kugel. Gib mir deine Kugel. Ja, man. Und jetzt... Ow. 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 Na, endlich. So, das Spiel hat gespeichert. Und damit würde ich auch sagen... Wart mal. Ist... So. Bis zum nächsten Mal. Zu Alice Madness Returns. Ohne Haare. Und... Ja. Mal gucken, wie krank das Spiel noch sein wird. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.